Meine Lieben, in Epheser, Kapitel 5, Vers 1, sagt die Bibel, Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Wir sind aufgerufen, Gottes Nachfolger zu sein. Deshalb sagt Jesus auch in der Bergpredigt, in Kapitel 5, Vers 48 im Matthäusevangelium, dass wir vollkommen sein sollen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und wiederum sagt uns 1. Johannes, Kapitel 2 und dort in Vers 6, wer sagt, dass er in ihm, in Jesus Christus, bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Und der Petrus fügt dem hinzu, indem er im 1. Petrus in Kapitel 1 und dort in Vers 15 sagt, Gott ist heilig und er hat uns berufen, so zu wandeln, wie Jesus Christus gewandelt ist. Wie sieht das praktisch aus? Gott möchte, dass wir seine Liebe ausleben. Die Gnade Christi soll das Temperament und die Stimme beherrschen. Ihr Wirken zeigt sich in der Höflichkeit und der zärtlichen Zuwendung von Bruder zu Bruder, in freundlichen, ermutigenden Worten. Eine Engelsgegenwart ist im Haus. Das Leben atmet einen süßen Duft, der als heiliger Weihrauch zu Gott aufsteigt. Die Liebe zeigt sich in Freundlichkeit, Sanftmut, Nachsicht und Langmut. Gott ruft uns in diese Art Nachfolge. Wie können wir das machen? Wenn wir weiterlesen, 1. Petrus Kapitel 1, in Vers 16 heißt es dann, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir können heilig sein, sagt die Bibel. Wir können das Leben leben, das Gott sich für uns wünscht. Die Frage ist, wie können wir das tun? Oder vielmehr, warum können wir das tun? Der Text sagt uns, weil er heilig ist, können auch wir heilig leben. Das ist der Grund, der uns angegeben ist. Und das ist auch der einzige Grund, wie wir und wie das praktisch möglich ist, dass wir ein heiliges Leben nach Gottes Willen leben können, weil Gott selbst heilig ist. Und deshalb ist es unser Privileg, dass wir ihn kennen. Jeder wahre Gehorsam kommt aus dem Herzen. Bei Christus war es Herzensarbeit. Und wenn wir einwilligen, wird er sich so sehr mit unseren Gedanken und Zielen identifizieren, unser Herz und unseren Verstand so sehr mit seinem Willen in Einklang bringen, dass wir, wenn wir ihm gehorchen, nur unsere eigenen Triebe ausführen werden. Der Wille, geläutert und geheiligt, wird seine höchste Freude darin finden, seinen Dienst zu tun. Wenn wir Gott so kennen, wie es unser Vorrecht ist, ihn zu kennen, wird unser Leben ein Leben des ständigen Gehorsams sein. Durch die Wertschätzung des Charakters Christi, durch die Gemeinschaft mit Gott, wird uns die Sünde verhasst werden. Was für eine wunderbare Verheißung. Die Frage ist, ob wir ihn so gut kennen, wie es unser Privileg ist, ihn zu kennen. Denn die Verheißung ist uns hier gegeben, wenn wir ihm dann gehorchen, letztendlich nur unsere eigenen Triebe ausführen werden, die nämlich im Einklang sind mit Gottes Willen, weil wir seinen Charakter sehen. Kennen wir ihn, wie es unser Privileg ist, ihn zu kennen? Möchten wir ihm vom Herzen wirklich gehorsam sein? Und nehmen wir auch die Zeit und auch die Anstrengung, diese Beziehung mit Gott zu haben? Denn es kostet Zeit und es kostet wirklich auch eine Bemühung, eine Beziehung zu führen. In Johannes Kapitel 17 im Hohenpriesterlichen Gebet, da sagt Jesus in Vers 3, den bekannten Text Johannes Kapitel 17 Vers 3, Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Darin liegt das ewige Leben. Und das ewige Leben, wie es hier genannt ist, ist das wahre und einzige Leben. Dort draußen gibt es sehr, sehr viele Menschen, die atmen, die agieren, die tun, schaffen, arbeiten, die auch Beziehungen führen. Aber die Bibel sagt uns, dass das wirkliche Leben nur das Leben ist, was Gott uns schenkt. Dadurch, dass wir neu geboren werden. Wenn jemand diese Neugeburt nicht erfahren hat, dann lebt er zwar jetzt, er atmet jetzt, aber dieses Leben wird vergehen. Alleine das Leben, was Gott wieder schenken kann, ist das wahre, wahrhaftige Leben, wonach wir streben sollten. Und deshalb lädt Jesus Christus uns ein, diese Erfahrung mit ihm zu machen, neu geboren zu werden. Und jeder von uns kann das erleben. Und es kann auch gar nicht anders sein, dass wenn wir Zeit wirklich mit ihm haben, dann werden wir automatisch sein Wesen sehen, wie liebevoll, wie gerecht, wie heilig Gott ist. Und dann verlangt es uns automatisch nach unserem Schöpfer. Und diese Zeit, da sind wir eingeladen, diese Zeit uns mit Gott wirklich zu nehmen. Und ich glaube, dass das automatisch passiert, dass wir neu geboren werden und das täglich erfahren können, wenn wir diese Zeit mit Gott wirklich haben. Das heißt also, das ewige Leben hier ist absolut abhängig davon, dass wir Gott kennen. Es geht nicht darum, dass wir etwas über Gott kennen oder dass wir mal von ihm gehört haben, sondern dass wir eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus eingehen. In Jeremia, Kapitel 29, Vers 13 ist verheißen, dass wenn wir von ganzem Herzen nach Gott verlangen und ihn suchen von ganzem Herzen, dann wird er sich von uns finden lassen. Es ist nicht so, dass Gott sich versteckt. Er möchte ja die Beziehung mit dir und mir haben. Er hat ja seinen Sohn gegeben für dich und für mich, dass er für deine und meine Sünden stirbt. Aber es liegt an uns, die Tür zu öffnen, wenn er klopft. Es ist diese Erfahrung, eine persönliche Erfahrung, wozu wir eingeladen sind. Die experimentelle Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, den er gesandt hat, verwandelt den Menschen in das Bild Gottes. Sie gibt dem Menschen die Herrschaft über sich selbst, indem sie jeden Impuls und jede Leidenschaft der niederen Natur unter die Kontrolle der höheren Kräfte des Geistes bringt. Sie macht ihren Besitzer zu einem Sohn Gottes und zu seinem Erben des Himmels. Sie bringt ihn in Verbindung mit dem Geist des Unendlichen und öffnet ihm die reichen Schätze des Universums. Diese experimentelle Erkenntnis ist eine Erkenntnis, die der wahren Erziehung zugrunde legt, nämlich Theorie, auch wenn sie richtig ist, nicht umgesetzt, nützt uns nichts. Es muss eine persönliche Erfahrung werden, die dann sichtbar ist, die man gar nicht mehr verstecken kann. Andere werden das sehen. Schaut mit mir mal in 1. Korinther, Kapitel 15 und dort ab Vers 34. 1. Korinther, Kapitel 15 und dort ab Vers 34. Der Paulus schreibt, werdet doch wirklich nüchtern. Andere Übersetzungen sagen auch, werdet wach zur Gerechtigkeit und sündigt nicht. Denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes, das sage ich euch zur Beschämung. Also, dieses Nüchternwerden oder dieses Wachwerden zur Gerechtigkeit, zu einem rechtschaffenen Leben, so wie Gott das möchte, zeigt, dass die Erkenntnis Gottes, wie in diesem Text angegeben ist, Gott wirklich zu kennen, diese Beziehung mit ihm zu haben, bedeutet eben, dass man zu diesem rechtschaffenen Leben wach wird. Dass wenn man Gott wirklich kennt, seinen Charakter kennenlernt, Zeit mit ihm verbringt, dann bedeutet das, dass ich nicht mehr sündigen möchte. Dann bedeutet das, dass ich ein rechtschaffendes Leben leben möchte, dass Sünde nicht mehr präsent ist in meinem Leben. Genau das sagt übrigens auch 1. Johannes, Kapitel 3, ab Vers 9. Dort heißt es, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Und hier haben wir die ganz praktische Anwendung zu diesem Text. Die Frage ist aber, wie sieht das persönlich bei uns aus? Wie ist unsere persönliche Erfahrung damit? Es mag vielleicht sein, dass wir das lesen und schauen in unser Leben und fallen und stehen wieder auf vielleicht und fallen und denken, ja, das kann ja irgendwie nicht, irgendwie funktioniert das nicht oder das kann ja nicht, vielleicht kommen wir sogar ins Zweifel und denken, das kann ja nicht wahr sein, was Gott hier sagt. Aber Frage, ist unsere Erfahrung der Maßstab für Wahrheit? Oder was sagt die Bibel? Erinnert ihr euch in Johannes Kapitel 17, Vers 17, wo Jesus wieder im hohen priesterlichen Gebet, wo er zu Gott Vater betet und sagt, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Also was ist Wahrheit? Ist unsere persönliche Erfahrung Wahrheit? Oder ist das, was Gottes Wort, wie es geschrieben steht, ist das wirklich Wahrheit? Die Bibel sagt uns ja in Römer Kapitel 3, Vers 4, dass Gott wahrhaftig sein soll und jeder Mensch ein Lügner. Was einfach bedeutet, dass wenn Gott das gesagt hat, dass egal wie unsere Erfahrung vielleicht ist, wenn wir sagen, es funktioniert nicht oder wenn wir gefallen sind, bedeutet das nicht, dass das, was hier in diesem Text steht, dass das nicht wahrhaftig wäre, weil Gott spricht und es geschieht. Es steht da, sagt die Bibel. Das bedeutet also, dass es nicht der Fehler sozusagen auf der Seite Gottes ist, sondern dass es mit einem Mangel meiner experimentellen Erkenntnis Gottes und Jesus Christus liegt. Denn sein Wort, heißt es hier in Johannes 17, Vers 17, sein Wort heiligt uns. Gott zu kennen bedeutet, dass wir ihm gerne gehorsam sein wollen. Es ist nicht unser Gehorsam, den wir selber produzieren. Es sind nicht unsere eigenen Werke. Das haben wir ja schon gesehen und schon geklärt, dass wenn wir, wie wir es eben in dem Zitat gelesen haben, auf Jesus Christus schauen, wir können gar nicht anders, als ihn zu lieben und seinen Charakter zu verehren, dass wir ihn anbeten möchten und gerne seinen Willen tun möchten. Weil Gottes Charakter ist einfach vollkommen. Er ist perfekt. Ich bin immer wieder persönlich selber erstaunt darüber, wenn ich über Gott nachdenke und wie er mit mir umgeht, wie geduldig und fürsorglich Gott ist. Vor allen Dingen in Situationen, wo man fällt. Und Gott trotzdem immer einen wieder ruft. Der Teufel sagt uns dann, ja, du kannst nicht zurück zu Gott kommen. Aber es ist wahrhaftig, dass, wie die Bibel sagt, dass der Teufel ein Lügner von Anfang an ist. Und dass unsere Erfahrung nicht Maßstab ist für Wahrheit, sondern was Gottes Wort sagt. Genauso wie Mose, als er in 2. Mose 34 dort die Herrlichkeit Gottes sieht, wo Gott das verkündigt und sagt, ich bin langmütig. Wo Gott sagt, dass er in Gottes Friedens ist, liebevoll ist und dass er die Sünde vergibt den Menschen. So ist Gott. Aber lasst uns nochmal lesen, 1. Korinther, Kapitel 15 und nochmal in den gleichen Text hineingehen, wie es dort heißt, 1. Korinther, Kapitel 15, in Vers 34. Der Text sagt, werdet doch wirklich nüchtern oder werdet wach zur Gerechtigkeit und sündigt nicht. Denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes, das sage ich euch, zur Beschämung. Der Paulus schreibt auch, dass wir ein offener Brief sind. Und deshalb ist es eine wirkliche Schande und es ist sehr traurig, wenn unser Leben nicht den wunderbaren und liebevollen Charakter Jesu Christi widerspiegelt. Wir alle haben Situationen, wo wir schnell mal gereizt sind, wo wir vielleicht Dinge auch machen, wo wir wissen, dass das nicht das Richtige ist, wo wir reagieren, sei es im Straßenverkehr, sei es in der Familie, mit den Kindern, Ehepartner, in der Gemeinde, auf dem Arbeitsplatz, wo wir merken, dass wir nicht den Charakter Gottes offenbaren, weil das, was sich in uns dann auftut, wo das Fleisch letztendlich uns zur Sünde reizt, da ist immer noch der Punkt, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Wir werden da gleich noch ein bisschen genauer an Beispielen drüber sprechen. Aber wie können wir, erst mal der Gedanke, wie können wir Menschen, wo wir auch zu berufen sind, in dieser Endzeit, aus Babylon herausrufen, und Babylon sind nicht nur, es sind auch, aber es sind nicht nur falsche Lehren, es ist ein Teil davon, aber es ist ja auch der Charakter, der Charakter Gottes gegenüber dem Charakter Satans. Und wir sind ja ursprünglich in das Bild Gottes geschaffen worden. Gott will uns wieder zurückführen in dieses Bild. Er will uns wieder schaffen, neu in dieses Bild, durch die Beziehung mit ihm. Aber wie können wir Menschen da rausrufen aus Babylon, wenn wir selber noch babylonische Charakteristika in uns haben? Denn in dem alten Ritus, der das Evangelium symbolisiert, wenn dort Opfer gebracht wurden, dann musste dieses Opfer, was Jesus Christus präsentiert, musste makellos sein. Das Wort Gottes weist darauf hin, um zu veranschaulichen, was seine Kinder sein sollen, nämlich ein lebendiges Opfer, heilig und makellos. Obwohl wir von Versuchungen zur Selbstbefriedigung umgeben sind oder zur Selbstsucht, könnte man sagen, besonders in unseren Großstädten, wo jede Form der sinnlichen Befriedigung leicht und einladend gemacht wird, so kann doch nur durch die göttliche Gnade ihre Absicht, Gott zu ehren, fest bleiben. Durch starke Entschlossenheit und Wachsamkeit können sie jeder Versuchung widerstehen, die die Seele angreift. Aber nur derjenige, der entschlossen ist, das Richtige zu tun, weil es richtig ist, wird den Sieg davon tragen. Und dieser letzte Satz ist entscheidend. Das ist der Schlüssel. Es hängt immer davon ab, wenn wir in einer Situation sind, wo wir eben gesagt haben, dass wir vielleicht gereizt sind oder irgendwas anderes erleben, wo wir eigentlich wissen, was das Richtige ist, aber dieses Fenster dort ist, wo wir uns entscheiden können, wo stelle ich mich jetzt oder auf welche Seite stelle ich mich jetzt. Lasse ich dieser Versuchung Raum und platze jetzt zum Beispiel raus mit meinen Gefühlen oder demütige ich mich unter Gottes Wort, unter seinen Willen und bitte ihn, dass ich als Sünder seine Hilfe brauche, dass ich ganz abhängig von ihm bin, von seiner Gerechtigkeit. Werdet wach zur Gerechtigkeit und sündigt nicht, sagt die Bibel. Vertrauen wir durch den Glauben, dass wir diese Verheißungen in Anspruch nehmen oder lassen wir uns leiten von unseren Gefühlen. Vielleicht manchmal ist es auch so, dass wir glauben, dass wenn wir gesündigt haben, dass Gott uns nicht vergibt, dass der Teufel eben draufhämmert und sagt, du kannst nicht mehr zurückkommen zu Gott, jetzt hast du wirklich über die Stränge geschlagen oder dass Gott mich vielleicht jetzt nicht mehr liebt. Es ist egal, welcher Punkt das auch ist oder welcher Punkt, der jetzt auch gerade einfällt. alles das, was konträr ist zu dem, wie es geschrieben steht, lasst Gott wahrhaftig sein. Gott ist kein Lügner. Es steht geschrieben. Das heißt, in diesen Momenten tut diese Gedanken aus eurem Kopf heraus, egal wie viel, wie sehr die sich noch gut anfühlen vielleicht in dem Moment. Die Bibel sagt, dass Sünde täuschend ist und dass sie uns betrügen möchte. In dem Moment liegt es an meiner Entscheidung. Der Teufel kann mich nicht zur Sünde zwingen. Es liegt an meiner Entscheidung, in dem Moment die Sache zu nehmen und mich für das Richtige, wie wir gerade eben auch gelesen haben, zu entscheiden. Denn ein edler Charakter ist nicht das Ergebnis eines Zufalls. Er ist nicht auf besondere Gunst oder Begabungen der Vorsehung zurückzuführen. Er ist das Ergebnis der Selbstdisziplin, der Unterwerfung der niederen Natur unter die Höhere. Der Hingabe des Selbst an den Dienst Gottes und des Menschen. Durch den Gehorsam gegenüber diesen Gesetzen kann der Mensch sich selbst besiegen. Seine eigenen Neigungen, die Fürstentümer und Mächte, die Herrscher der Finsternis dieser Welt und die geistliche Bosheit in der Höhe kann er besiegen. Lass uns mal diesen Text in Epheser Kapitel 6 lesen. Und dort ab Vers 10. Epheser Kapitel 6 ab Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Lassen Sie das nicht vergessen. Es ist seine Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrschter, der Finsternis in dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir sind in einem Kampf. In einem buchstäblich wirklichen Kampf. Dafür müssen wir nicht in die Ukraine reisen, nach Nordkorea oder sonst irgendwo in der Welt, wo physische Kämpfe stattfinden zwischen Soldaten und Nationen. Jeder von uns, egal wo du bist, in Deutschland, in den Niederlanden, in der Schweiz, in Österreich, jeder von uns befindet sich in einem täglichen Kampf, wo Satan versucht, uns abzuleiten von Gott und sie Zeit zu rauben mit Jesus Christus. Und dafür hat er viele Erfindungen, um uns diese Zeit zu rauben. Schaut mit mir mal in 2. Korinther, dort in Kapitel 2 und dort in Vers 11. Dort heißt es, 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 11, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Die Frage ist, sind uns seine Absichten wirklich nicht unbekannt? Ich denke, das ist eine wichtige Frage. Und es ist sehr offensichtlich, ich glaube, dass wir alle damit übereinstimmen können, dass wir in ernsthaften Zeiten leben, in Zeiten der Finsternis, wo es dort draußen noch nie so viel Widerstand gegen Gottes Wort und gegen die Bibel gab und so viel Atheismus herrscht und Streitigkeiten in Familien, in Nationen, in Regierungen, wir leben in bösen Zeiten. Und die Bibel sagt, dass das zunimmt, bis zur Wiederkunft. Deshalb rät die Bibel uns auch, dass wir weiser sein sollten, unsere Zeit wirklich auszukosten und das jeden Tag bewusst. ist, wenn wir morgens aufstehen, lasst uns Gott danken zuerst einmal, dass er uns in der Nacht bewahrt hat und dass er uns Leben neu schenkt. Und wir sollten, und so ist uns auch im Geist der Weisshagung übrigens gesagt, wir sollten jeden einzelnen Tag so bewusst mit Gott leben, als wäre es unser letzter Tag. Denn keiner weiß von uns, wenn ich ins Auto steige, losfahre oder auf der Arbeit bin, einen Unfall habe, sonst irgendwas. Deshalb sagt die Bibel uns auch, dass wir unseren Zorn nicht, bevor die Sonne untergeht, dass wir alles, was da im Unreinen ist, mit anderen Menschen oder sonst irgendwas, mit Gott natürlich, dass wir das ins Reine bringen sollten. Wir sollten die Sonne nicht untergehen lassen, bevor dieser Zorn nicht abgegeben ist an Gott. Und wir alles das tun, was möglich ist, um unserem Nächsten im Reinen zu sein. Lass uns nochmal zurückgehen in Epheser, Kapitel 6. Und wir lesen dort ein Stück weiter. In Epheser, Kapitel 6. Und nun möchte ich mit euch den Vers 13 lesen. Epheser, Kapitel 6, Vers 13. Die Bibel sagt, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Die Bibel sagt und spricht vom bösen Tag. Das ist nicht nur die Endzeit mit gemeint, sicherlich auch. Und wir kommen auch noch dazu. Aber es meint auch diesen heutigen Tag, in dem Gott uns jetzt das Leben schenkt. Und die Elberfelder oder auch die Schlachter und einige deutsche Übersetzungen, sie übersetzen das hier, nachdem wir wohl ausgerichtet haben und euch behaupten könnt. In anderen Übersetzungen, wie zum Beispiel der King James im Englischen, heißt es dort, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes ergreifen sollten und nachdem wir alles getan haben, um zu stehen. Das heißt, die Bibel ruft uns hier auf, nicht zu unseren eigenen Werken, aber es ist eine wichtige und absolut wichtige Frage, gute Frage, die wir uns stellen sollten. Als ich diesen Text vor einigen Tagen in meiner Andacht morgens nochmal gelesen habe, da ist mir das rausgesprungen. Weil ich meine Bibel gewöhnlich im Englischen lese, kam mir dieser Satz heraus, wo es dort heißt, and stand, hieß es dort, ja. Having done all and stand. Also habt ihr wirklich alles getan, um zu stehen? Das ist eine Frage, die wir uns wirklich fragen müssen. Mir ist das wirklich in die Augen gesprungen und habe mich selber nochmal gefragt. Und nochmals, wir sprechen hier nicht von den eigenen Werken. Das haben wir schon geklärt, dass wenn wir in der Beziehung sind, dass wenn wir Gott kennen, wie es unser Privileg ist, ihn zu kennen, dann ist da kein Raum für eigene Werke, sondern wir werden gerne uns offenstellen, dass wir in den Werken wandeln nach Epheser Kapitel 2, Vers 10, die Gott bereits zuvor bereitet hat, dass wir aus seiner Gnade heraus gehorsam sind und in Liebe das tun. Aber es ist Zeit, jetzt unsere Herzen zu durchforschen, wie David sagt in Psalm 139, Vers 23 und 24, wo er dort betet und sagt, Herr, durchforsche mein Herz, siehe, wie ich es meine und wenn ich auf irgendwie auf einem falschen Weg bin, dann leite mich bitte wieder auf richtigem Weg, bitte schenkt mir diese Überzeugung. Deshalb, wir sprechen nicht über die eigenen Werke, aber wir müssen uns diese Frage stellen, haben wir alles in dieser Beziehung mit Gott wirklich eingesetzt, alles hingegeben? haben wir uns wirklich die Zeit genommen, dass wir stehen können? Heute, aber auch in der Endzeit. In 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 12, da schreibt der Paulus, dass derjenige, der denkt, dass er steht, aufpassen soll, dass er nicht fällt. Dass wir uns niemals darauf verlassen, dass wir in eigener Kraft stehen können, sondern immer wieder neu bewusst sind, dass unser ganzes Stehen abhängig ist von Jesus Christus und der Entscheidung, ihm Raum zu geben und Zeit mit ihm zu haben. Genauso drückt der Paulus das übrigens auch in Hebräer, Kapitel 3 aus. Lassen wir das mal gerade noch lesen. Hebräer, Kapitel 3, dort lesen wir mal ab Vers 13. Er mahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Haben wir alles getan, um zu stehen, um standhaft zu bleiben? Ich möchte euch hier einen kleinen Ausschnitt zeigen von einigen Übersetzungen. Ich habe das eben schon angesprochen, wie dieser Vers in Epheser, Kapitel 6, Vers 13 auch übersetzt werden kann. Im Englischen having done all to stand. Es ist interessant, in einigen deutschen Übersetzungen, auch in der französischen Übersetzung, kann es auch so übersetzt werden, nachdem ihr alles überwunden habt. Und wisst ihr, wenn ich das höre, nachdem wir alles überwunden haben, dann erinnert mich das genau an die Botschaft aus Offenbarung, Kapitel 14. Nämlich, dass das die Versiegelungsbotschaft ist, der 144.000. Eine Generation, die so in Liebe mit Gott ist, die Gott kennt, wie es ihr Privileg ist, Gott zu kennen und die Sünde aus ihrem Leben herausgetan haben, weil sie einfach dem biblischen Prinzip gefolgt sind, treu zu bleiben, überwinder zu bleiben. Und dann, meine Lieben, dann sind wir nicht länger, wie wir eben gelesen haben in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 34. Dann sind wir nicht länger eine Schande. Und versteht mich nicht falsch, Gott liebt jeden von uns, selbst wenn wir fallen, hört seine Liebe zu uns nicht auf. Aber um Gott wirklich zu repräsentieren, dass Gott im großen Kampf, dass sein heiliger Name wahrhaftig dasteht, wie Römer 3, Vers 4 eben sagt, wo Gott im Gericht selber ist, über seinen Charakter, über sein Wesen, über seine Regierung, über sein Gesetz. Lass dem Menschen ein Lügner sein, aber Gott nicht. Gott und sein Wort und sein Gesetz, seine Regierung sind wahrhaftig. Sein Wesen ist echt und kein Fake. Und deshalb, dann, wenn dieser Zeitpunkt eingetroffen ist, dann wird sich das offenbaren, was der Feser, Kapitel 5, Vers 27 sagt, dass Gott sich eine, dass Jesus Christus sich eine Gemeinde zurechtbereitet hat, die keinen Flecken oder Runzel noch hat. Das ist der Punkt, wo Gott uns wirklich hinbringen möchte. Das lesen wir übrigens auch, schaut mal mit mir, in 2. Korinther, Kapitel 4, 2. Korinther, Kapitel 4 und dort ab Vers 4. Dort heißt es, 2. Korinther 4, Vers 4, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit, Satan, die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Charakter Gottes, nicht aufleuchtet, welches Gottes Ebenbild ist. Jesus war vollkommen in Harmonie und in der Widerspiegelung des Charakters des Vaters. Und der Gott dieser Welt, der Satan, hat die Sinne der Ungläubigen verblendet dahin. Sind wir gläubig? Glauben wir den Verheißungen Gottes, dass wir auch in dieses Bild geschaffen werden können? In den Charakter Gottes geschaffen werden? Haben wir diesen Glauben? Satan möchte davon abhalten. Er möchte uns ungläubig sein lassen, selbst als bekennende Gläubige. Aber selbst wenn wir die Bibel lesen, in die Gemeinde gehen, den Punkt zu verstehen und zu glauben, durch Glauben anzunehmen, dass Gott uns auch in dieses Bild wieder schaffen möchte, uns wieder vollkommen wiederherstellen will, da möchte er uns auch von abbringen. Geht nicht nur in die Ungläubigen da draußen, die Gott ablehnen, die glauben, es gibt keinen Gott. Die Bibel sagt, der Tor sagt in seinem Herzen, dass es keinen Gott gibt. Jeder weiß in seinem Herzen, das wäre eine andere Predigt, aber jeder weiß in seinem Herzen, dass es Gott gibt. Wir können das nicht leugnen. Aber Satan möchte uns davon abhalten, dass wir diese Herrlichkeit, die Christus hatte, dass wir sie auch empfangen. Hat nicht Jesus dafür gebetet, in Johannes Kapitel 17, wiederum im hohen priesterlichen Gebet? Und als Jesus hier auf Erden war, welche Werkzeuge, lass es mich mal so nennen, hat er gebraucht? Hatte er irgendwie eine spezielle Werkzeugbox, die er hatte? Die Bibel sagt uns ganz klar, dass er keine anderen Möglichkeiten hatte, in dem Sinne, die er gebraucht hat. Natürlich war er vollkommen Gott, aber die Bibel sagt uns, dass er gleichzeitig menschliche Gestalt angenommen hat und dass er ins sündige Fleisch kam, Römer 8, Vers 3, dass er genauso begonnen hat, wie wir auch beginnen. Er, Jesus Christus, war geboren, neu geboren, diese Einstellung gehabt, im sündigen Fleisch, von Beginn an. Die Neugeburt dürfen auch wir erleben. Aber wenn es dazu kommt, irgendwelche Werkzeuge zu haben, die ihm von Vorteil gewesen sind, gegenüber unserer Erfahrung, die wir haben können, gibt es dort keinen Unterschied. Die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass er das auch gebraucht hat, was wir im Heiligtum auch sehen. Erinnert euch daran, was Psalm 119, Vers 11 sagt. Psalm 119, Vers 11 sagt, dein Wort habe ich in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Und Psalm 40, Vers 8 sagt, über Jesus Christus, Jesus Christus war so voll des Wortes Gottes. Und damit meine ich nicht nur rein informativ, die Bibel zu lesen, sondern, dass er diese experimentelle Erfahrung mit dem Vater hatte, dass er das sagen konnte. Ich habe dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder gegen dich sündige. Die Bibel zu lesen, schenkt die Kraft, schenkt die Gnade Gottes, schenkt den Glauben in die Verheißungen Gottes auf eine ganz praktische, experimentelle Erfahrung, experimentelles Wissen über Gott. Aber wie schnell sind wir abgelenkt? Zum Beispiel im Bibelstudium, wenn wir in der Gemeinde sitzen und zuhören sollten. Vor allen Dingen auch, wenn Irrtum gepredigt wird. Nicht, dass wir es dann annehmen, sondern, dass wir es unterscheiden können. Aber deshalb müssen wir auch unsere Bibeln gut kennen, um den Irrtum zu unterscheiden, weil dort ein großer Kampf abläuft, aber zur gleichen Zeit natürlich, um Gott kennenzulernen, seinen Charakter wirklich noch tiefer lieben zu lernen. Ich möchte euch jetzt ein Video zeigen. Ein Video, was ich vor einiger Zeit in einem anderen Kontext bearbeitet habe und auch in einer anderen Präsentation verarbeitet habe. Ein Freund von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht, als wir es in seiner Präsentation gebraucht hatten. Und ich habe dieses Video mir damals angeschaut, als ich diesen Freund von mir übersetzt habe. Aber erst, als ich dann nochmal in der Nachbearbeitung des Videos am Computer gesessen habe und habe dieses Video dann untertitelt, mit deutschen Untertiteln, weil es ein englisches Video ist, werde es jetzt gleich sehen. Da habe ich gesagt, wow, diese Information in diesem Video, nicht, dass es komplett jetzt neu war, wahrscheinlich auch nicht komplett für euch, aber diese Information und diese Erklärung, die dort gegeben wird, ist eine so wichtige Erklärung. Ich möchte euch wirklich bitten, seit, oder schenkt dieser ganzen Sache jetzt, die drei, vier Minuten, wo ihr das jetzt seht, mit Aufmerksamkeit. Dass, wenn das bei einem ankommt, werdet ihr merken, wie entscheidend das auch für das Bibelstudium und die Beziehung mit Jesus Christus ist. So you're reading an article online, when you get an instant message, with a link to a funny photo, which of course you have to share. And now you're reading your Facebook News wall, which sends you to a video of a panda bear attacking a kid. And now you're reading Wikipedia to learn everything you can about the violent behavior of panda bears. And this is what three minutes on the internet can be like. We live like this all the time, and it has to have some kind of effect on us. The net is making us more superficial as thinkers. That is Nicholas Carr. He is the author of The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains. To understand this whole thing better, we need to go way back in time to say, like, the prehistoric age. You wanted to know everything going on around you because the more you knew about your surroundings, the less likely you were to get attacked by a predator. And there's even evidence that our brains release is some dopamine, a pleasure-producing neurotransmitter chemical to reward us for seeking out and finding new information. So getting distracted felt good and helped us stay alive. But the problem is that nowadays, predators aren't much of an issue, but we still have the same brains. And also, there's the internet, which is... It's an incredibly information-rich environment that the net creates for us, and that's why we use it so much. I mean, sounds, pictures, words, texts. And what this tends to do is promote a sort of compulsive behavior, which we're constantly checking our smartphone, constantly glancing at our email inbox. We're kind of living in this perpetual state of distraction and interruption. Which is dangerous because... That mode of thinking crowds out the more contemplative, calmer modes of thinking. And that focused, calm thinking is actually how we learn. It's a process called memory consolidation. And that means the transfer of information from our short-term working memory to our long-term memory. And it's through moving information from your working memory to your long-term memory that you create connections between that information and everything else you know. So you've got this awesome life-changing piece of information in your short-term memory, but then you hear that email ding and poof, there it goes. That email takes its place and you never get a chance to learn anything, all because of one distraction. So attention is the key and if we lose control of our attention or are constantly dividing our attention, then we don't really enjoy that consolidation process. But I can hear it now. Someone out there is saying, what does learning matter if all the information in the world is just a Google search away? Well, that is kind of short-changing our intellects. If that's the way you're using your mind, just kind of searching very quickly and finding information and then forgetting it very quickly, you're never building knowledge. You're simply, you're kind of thinking like a computer. Which means that our very humanity is at stake. And it would be a shame if we all got assimilated because, well, humanity is pretty neat. I really believe that if you look at the great monuments of culture, they come from people who are able to pay attention, who control their mind. That's what allows us to think in the highest terms and think conceptually, think critically, think in some very creative ways. And it's this kind of thinking that's at risk being eroded one cute cat video at a time. Don't get us wrong. The internet is good for lots of things and it should be celebrated. But the best thing we can do for our minds is to find some time every day to unplug, calm down and focus on one thing at a time. Your email and those cats will be here when you get back. Meine Lieben, ich hoffe, dass wir sehr aufmerksam waren, weil diese Informationen in diesem Video sind sehr, sehr wichtig. Wenn es nicht ganz klar geworden ist, bitte schaut es euch nochmal an. Spult nochmal zurück zu dieser Stelle und schaut es euch nochmal an. Denn was hier erklärt wurde, ist ganz, ganz wichtig auch im geistlichen Leben. Denn es wurde gesagt, dass wir mit Informationen zu tun haben oder wir an etwas arbeiten oder aufmerksam sein sollten. Und damit das wirklich gespeichert ist, damit das wirklich eine, ich sage das jetzt so, zu einer praktischen Erfahrung werden kann, und dass wir wieder auch wieder abrufen können und uns auch wieder daran erinnern können, wenn es vielleicht sehr, sehr wichtig und sehr brenzlig ist im Leben, dann ist es wichtig, dass wir nicht abgelenkt werden, sondern dass wir uns auf diese eine Sache jetzt konzentrieren und nicht durch irgendein Handy piepen, irgendeine Nachricht, die wir reinkriegen, abgelenkt werden. Und dass wir fokussiert sind auf diese Sache. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eben Gottes Wort studiere, wenn ich Andacht habe, dass ich nicht mein Handy daneben liegen habe oder meinen Laptop, wenn der irgendwie aufgeschlagen ist und ich brauche den gleichzeitig für das Bibelstudium, dass ich nicht irgendwelche Programme jetzt WhatsApp, Telegram, was weiß ich, Facebook aufhabe, wo irgendwelche Nachrichten reinkommen können, weil alleine wegen dieser einen Nachricht, die reinkommt, dieser eine, dieses eine aufpoppen, kann diese vielleicht sehr wichtige Information nicht in meinem Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Er hat gesagt, in diesem Video, stellt euch vor, es kommt diese wirklich großartige, lebensverändernde, wichtige Information in dein Leben, aber es gerät nur in dein Kurzzeitgedächtnis, weil wir eben durch dieses kleine Aufpoppen, diese Ablenkung auf einmal nicht gespeichert werden kann. Frage, Ist Gottes Wort lebensverändert? Ich hoffe, dass wir alle dazu Ja sagen können, dass wir diese Erfahrung bereits gemacht haben, und wenn nicht, bist du eingeladen, diese Zeit mit Gott zu verbringen und wirklich zu merken, dass dieses Wort lebendig ist. Wie Jesus gesagt hat, dass er das Brot des Lebens ist und dass ein jegliches Wort aus seinem Mund lebensverändert ist und dass es wichtig ist. Aber wie oft sitzen wir dort? Wir lesen vielleicht die Bibel und später merken wir, dass wir uns gar nicht mehr richtig da drauf oder daran erinnern können, was wir eigentlich gelesen haben oder vielleicht gehört haben, weil es so schnell wieder weg ist, weil wir so schnell wieder mit anderen Dingen beschäftigt sind oder währenddessen eben uns haben ablenken lassen von irgendwas, was piept und gerade immer dann, wenn was piept. Testet euch mal selbst. nachdem ich das Video geschaut habe, habe ich mal auf mich selber geachtet, dass wenn ich dort die Bibel lesen war und mein Handy lag dort irgendwo oder mein Laptop war an gleichzeitig und eine Nachricht kam rein, wie schnell man geneigt ist, wirklich dahin zu greifen. Ich bin ganz ehrlich, mir ist das dann auch passiert und dann habe ich gedacht, wow, wie sehr man auf einmal abgelenkt ist, man liest gerade was und dann will man wieder dahin und gucken, was hast du jetzt für eine Nachricht bekommen oder was ist irgendwie passiert. Genauso wie jetzt gerade mein Laptop, ja, eine Nachricht aufgeht. Genau das passiert so oft. Meine Lieben, ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht und auch jetzt, während ich selbst diesen Vortrag hier gerade halte, wo das jetzt gerade passiert, ich glaube, dass Gott das auch gerade zulässt, dass wir eben uns bewusst sind, diese Dinge auszuschalten, ja, dass wir es nicht zulassen und ich will das jetzt auch ganz praktisch gerade machen, ist kein Fake hier, es passiert jetzt gerade wirklich, dass wir nicht abgelenkt werden, dass das nicht aus dem, ähm, was ist jetzt, ja, oder damit es eben in das Langzeitgedächtnis wirklich reingehen kann, damit wir Dinge miteinander verknüpfen können in der Bibel. Das ist übrigens auch ein Grund, was einen Unterschied macht zwischen jemandem, der oberflächlich die Bibel liest und nicht tief gräbt nach dem Schatz, wie die Bibel sagt, der Schatz, der im Acker ist und jemanden, der eben genau das tut, der tief reingeht in die Materie. Seid einfach mal ehrlich, beobachtet euch, wie stark dieses Verlangen ist, jetzt schnell wieder aufs Handy zu gucken oder dies und das, auch durch den Alltag hindurch, auch wenn ich jetzt irgendwas am Arbeiten bin, am Rechner oder irgendwas anderes am Ausarbeiten bin. Ich habe mich entschlossen, wirklich die Dinge auszumachen, komplett, schon direkt am Morgen, nicht irgendwie ans Handy zu greifen, sondern mein Leben Gott zu übergeben, Zeit zu nehmen mit Gott und die Dinge einfach beiseite zu schieben. Und wenn ich den Laptop zusätzlich gebrauche oder den Computer, um da irgendwas nachzulesen, gleichzeitig für mein Studium, für die Andacht, ich mache all diese Dinge, mittlerweile E-Mail, was weiß ich, irgendwas, wo ich irgendwelche Apps habe, ich mache das aus. Ich will nicht mehr unter Gefahr stehen, dass mir eine wichtige Information oder wo Gott gerade vielleicht zu mir sprechen möchte, dass das verloren geht. Und wie in dem Video auch richtig gesagt wurde, Aufmerksamkeit ist der Schlüssel. Deshalb funktionieren auch diese ganzen Social Medias so, euch letztendlich davon abzulenken. Kriegen wir wieder hier das Tiervideo rein oder das rein und ja, ich weiß, es ist alles süß und ich gucke mir das auch gerne mal an. Aber denkt da dran, was in dem Video gesagt wurde. Ich schalte das mittlerweile aus, denn ich möchte nicht, dass wenn der Heilige Geist zu mir spricht, dass diese Information verloren geht. Das ist genauso wie in Offenbarung übrigens, Kapitel 1, Vers 3, wo es heißt, die, die da lesen und die da hören und die bewahren. Ich möchte nicht nur lesen und hören, ich möchte bewahren, damit es eine experimentelle Erkenntnis über Gott wird. Und seit ihr übrigens auch ermutigt, das auch vielleicht noch, denkt da dran, das Lesen, und es gibt Studien darüber, das Lesen auf Papier hilft, wirklich dem Gehirn Dinge sich besser zu merken und besser zu verarbeiten. Ich lese auch ab und zu mal auf dem Computer, aber ich versuche das so oft wie möglich zu vermeiden. Ich versuche immer zum Papier zu greifen. Auch wenn du in der Gemeinde sitzt und liest auf dem Handy. Nicht, dass das versteht mich nicht falsch, ich will das nicht verteufeln. Ich mache das auch ab und zu mal, aber wirklich, wirklich selten. Ich möchte Papier in der Hand haben, weil das Gehirn anders damit arbeitet, jeder weiß von uns, man kann sich den Text besser merken, wo was steht. Manche von uns haben sogar so ein fotografisches Gedächtnis. Aber der Punkt ist einfach, dass du auch sehr schnell abgelenkt werden kannst, weil wieder irgendeine Nachricht kommt. Wenn wir nicht gerade dran gedacht haben, wie jetzt gerade eben bei mir hier, eben diese Dinge auszuschalten. Und dann sind wir vielleicht geneigt, oh die Nachricht ist gekommen, ich gucke jetzt schnell mal hin. Und vielleicht war gerade die Situation, wo der Prediger das Wort Gottes verkündigt, hat etwas, was für dich vielleicht sehr entscheidend war. Der Satan weiß das, weshalb gebraucht er auch diese Dinge. 2. Korinther Kapitel 2 Vers 11. Im Englischen steht dort, his devices, seine Geräte, seine Mittel, die Satan gebraucht, um uns abzulenken. Es ist natürlich nicht nur Social Media, aber es ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich möchte euch an dieser Stelle jetzt Mut machen und euch motivieren für das Wort Gottes, es noch mehr in Anspruch zu nehmen und fokussiert zu sein, wenn wir es lesen. Schaut euch mal folgendes Zitat an. Jedes Kapitel und jeder Vers der Bibel ist eine Nachricht Gottes an die Menschen. Setz sogar deinen Namen dort rein. Jedes Kapitel und jeder Vers in der Bibel ist eine Nachricht Gottes an Timo. Eine Nachricht Gottes an und jetzt setz deinen Namen da rein. Wir sollten ihre Weisungen als Zeichen auf die Hand und als Erinnerung zwischen die Augen binden. Würden wir sie studieren und befolgen, würden sie Gottes Volk führen, wie die Israeliten bei Tag von der Wolkensäule und bei Nacht von der Feuersäule. So würden wir geführt werden. Das war eines der wichtigen absolut wichtigen Werkzeuge, die Gott gebraucht hat, die Jesus Christus gebraucht hat, als er hier auf Erden war. Die Frage ist, setzen wir diesem Wort wirklich diesem Wert entgegen, dass wir wissen, dass wenn wir Gottes Wort aufschlagen, dass Gott jetzt zu mir sprechen möchte, dass jeder Vers hier mir gilt, mir persönlich gilt, dass Gott jetzt Zeit, der Schöpfer des Universums jetzt Zeit mit mir haben möchte, natürlich den ganzen Tag hindurch, aber jetzt hier ganz besonders, wo er zu mir sprechen will. Lesen wir diesen Liebesbrief Gottes, vertrauen wir auf seine Verheißungen, kennen wir Gott so, wie es unser Privileg ist, ihn zu kennen, und tun wir alles, damit wir stehen? Können wir am Ende sagen, haben wir alles getan, damit wir stehen? Und verstehen wir auch die Wichtigkeit von Psalm 119 Vers 11? Dein Wort habe ich in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Hier heute, aber auch besonders in den letzten Tagen. Und ich möchte an diesem Punkt noch etwas ergänzen. Zuallererst geht es mir natürlich um das Wort Gottes, aber ich möchte auch uns als Gemeinde persönlich ansprechen. Wir haben von Gott den Segen bekommen, nach Offenbarung Kapitel 12 Vers 17 und Offenbarung 19 Vers 10, dass uns Schriften gegeben worden sind, die inspiriert sind. Schriften, wo der Geist der Weissagung gewirkt hat. Und ich muss ehrlich sagen, mich wundert es manchmal, negativ gemeint, mich wundert es manchmal, negativ, aber nicht böse gemeint, sondern motivierend gemeint, wie wenig wir diese Bücher lesen und zur Hand nehmen, wo sie doch so ein Segen sind, uns das Wort Gottes noch näher zu bringen, tiefere Verständnisse, Einblicke zu geben und dass dann noch mehr Hunger nach Gottes Wort ist. Und Prinzipien lehrt, wo wir auch angesprochen werden, es ist zur Erbauung der Gemeinde Gottes gegeben, auch zur Korrektur, zur Ermahnung, aber damit wir eben auf den und da gibt es so viele wunderbare Bücher. Es gibt Bücher wie zum Beispiel das Buch Erziehung, was nicht nur für Kindererziehung gilt, sondern für jeden Einzelnen von uns. Natürlich gibt es Passagen dort oder auch in anderen Schriften von ihr, die speziell mit Kindererziehung zu tun haben, aber selbst dann, wenn man es liest, kann man da wichtige Prinzipien daraus lernen. Aber ich wundere mich manchmal, ich nehme jetzt mal gerade das Beispiel, wo wir es gerade haben, und damit möchte ich niemanden, versteht mich bitte nicht falsch, niemanden angreifen, ganz und gar nicht. Meine Frau und ich, wir haben keine Kinder, ja, ich habe trotzdem diese Bücher gelesen, wegen all den wichtigen Prinzipien da drin, aber gerade besonders, wenn ich wüsste, meine Frau ist schwanger, spätestens dann, ich meine, wir haben es jetzt schon gemacht und wir wollen es auch wieder tun, aber spätestens dann, warum sollte ich nicht mir diese Hilfe nehmen, diesen Schatz, diesen Reichtum an den Schriften des Geistes, der Weissagung und zum Beispiel das Buch Erziehung oder Wie führe ich mein Kind, all diese Dinge zu lesen, mich vorzubereiten, denn ich muss euch ehrlich sagen, ich habe großen Respekt vor jedem Einzelnen von euch, die Kinder haben, weil ich es als eine gewaltige Aufgabe ansehe, eine herrliche und schöne Aufgabe, aber auch, wie ihr wisst, eine herausfordernde Aufgabe, warum sollten wir nicht als Gottesvolk hingehen zur Bibel und zu den Schriften von Schwester White und diese Bücher lesen mit so viel Gewinn und Reichtum und Schatz, damit ich alle Hilfe habe, die ich nur haben kann. Ich möchte persönlich nicht da stehen und möchte einmal sagen, wenn ich die Frage gestellt bekomme oder mir selber vielleicht jetzt auch schon stelle, habe ich alles getan, tue ich alles, was mir möglich ist. Nochmals, sind nicht die eigenen Werke, sondern das, was Gott mir in seiner Liebe schenken will, nehme ich das alles in Anspruch und ihr könnt jetzt auf alle Lebensbereiche beziehen. Ich bleibe jetzt gerade beim Thema Erziehung, weil es das wichtigste Thema ist, nicht nur Kindererziehung, sondern unsere Erlösung ist damit gemeint. Warum diese Dinge nicht in die Hand nehmen oder wenn ich mich auf die Ehe vorbereite, warum nicht ein glückliches Heimlesen, wenn ich jemanden kennenlernen will, warum diese Bücher nicht lesen, es ist so voll an Reichtum, was uns geschenkt ist, in Ergänzung zu natürlich Gottes Wort. Und lasst uns dort auch jetzt mit diesem Gedanken das nächste Werkzeug anschauen. Epheser Kapitel 6 wollen wir wieder lesen. Epheser Kapitel 6 und dort Vers 18. Epheser Kapitel 6 und dort Vers 18. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Der Herr hört und erhört Gebet. Er legt uns nicht mehr auf, als wir in seiner Kraft und durch seine Gnade tragen können. In jeder Not steht er als Helfer bereit. Oh, hätten wir nur glauben, ihn um die Stärke zu bitten, die wir unbedingt brauchen. Der Glaube ist die Hand, mit der wir die Hand des mächtigen Beistands ergreifen. Gottes Zusagen sind sicher. Warum sollen wir ihn nicht beim Wort nehmen? Und das ist eine sehr wichtige und essentielle Frage. Warum sollten wir ihn nicht bei seinem Wort nehmen? Jedes Wort hier drin, jeder Vers, jedes Kapitel, seine persönliche Botschaft Gottes an dich. Das sollte unsere erste Aufgabe am Morgen sein, wie er Zeit genommen hat mit Gott und er sich erst mal verbunden hat durch das Gebet, wie er sich aufgeladen hat vor dem Thron Gottes und nicht herausgegangen ist aus dieser Kommunikation mit dem Vater, bevor er nicht wusste, dass er gestärkt ist und dass er jetzt bereit ist, um in den Tag zu gehen. Und meine Lieben, gibt, ja, ich weiß, gibt manchmal Situationen, wo auf einmal versucht sich mit Gott zu verbinden. Und ich will nicht sagen, wisst ihr, dass Gott da nicht bei einem ist, aber wir sind anfälliger. Deshalb stand Jesus auch unter dem Bewusstsein, was für eine Last er auf den Schultern hatte, stand er morgens früh auf und nahm sich Zeit mit dem Vater. Seid ermutigt, das zu machen. Die schönste Zeit mit Gott ist mit ihm morgens alleine, wo wir ganz frisch sind, deshalb früh schlafen gehen, nicht abends spät viel essen und Social Media und viel Bilder abends früh ins Bett und die Zeit mit Gott morgens haben und wie Gott dann zu einem sprechen kann. Sich erst durch das Gebet verbinden. Mein Lieben, es kommt eine Zeit, lass uns das nicht vergessen. Es kommt eine Zeit, wo wir nicht mehr Gottes Wort haben werden, buchstäblich, das physische. Manche vielleicht ja, aber wahrscheinlich die meiste nicht mehr. Wir haben vorher die Zeit gehabt, mit Gott uns zu verbinden, durch das Gebet, ihn kennen zu lernen, mit Gott zu sprechen, wie mit einem Freund. Denn wenn wir das tun und wir dann durch den Tag gehen, dann merken wir, dass der Heilige Geist besser zu sprechen kann. Sondern dass man diese Feinheiten im Gewissen auf einmal bekommt, wie in einzelnen Situationen sich besser zu verhalten ist, sich richtig zu verhalten ist. Macht diese Erfahrung. Aber zurück zum Punkt. Es kommt diese Zeit, wo wir vielleicht nicht mehr Gottes Wort haben können. Und wenn diese Zeit kommt, wie wichtig ist, dass wir uns vorher gefüllt haben mit den Verheißungen Gottes. Und durch das Bibelstudium Gott kennenzulernen, eine experimentelle Erfahrung, Wissen über Gott zu haben, dass wir dann gestärkt sind, diesen Verheißungen noch wirklich Glauben zu schenken. Wenn das dann kommt, dann können wir nämlich die Verheißungen aus Gottes Wort wieder in Erinnerung zurückberufen bekommen durch den Heiligen Geist und können sie abrufen und können sie zurückbeten zu Gott. Beweis, in welche Situation du einmal kommen wirst. den Teufel an die Wand malen, aber die Bibel sagt, dass sehr schwierige Zeiten kommen werden für uns. Die, die sich an Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben. Offenbarung 12, Vers 17. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben, eines, was mich über Jahre immer wieder fasziniert hat. Und zwar Richard Wurmbrand. Einige von euch werden schon von ihm gehört haben, wenn nicht, schaut euch mal sein Zeugnis an. Dieser lutheranische Pastor, der während des Zeit des Kommunismus in Gefangenschaft kam, als er in Gefangenschaft kam, für 14 Jahre gefoltert, er hatte für jeden einzelnen Tag im Jahr hatte er eine Verheißung und zwar fürchte dich nicht. Für jeden einzelnen Tag hat er einen Text aus der Bibel herausgenommen, wo es heißt fürchte dich nicht, sondern vertraue, verlass dich auf mich. Und er konnte das nur, weil der Heilige Geist erinnert hatte, wo er Zeit mit Gott verbracht hat. In was für eine besondere Situation. Und deren gibt es einige Beispiele. Auch denken wir an die Geschichte von Marie Durand, eine Hugenottin, die 19 Jahre lang als frisch vermählte junge Frau ins Gefängnis kam, in einen Wehrturm, Tour de Constance in Egmont in Südfrankreich. Sie war dort zusammen mit anderen Hugenottinnen. Sie selbst war 38 Jahre dort wegen ihrem Glauben, ihrem protestantischen Glauben eingesperrt. Das Einzige, was ihr blieb, war das Gebet. Sie hatte kein schriftliches Wort Gottes mehr gehabt. Aber sie erinnerte sich daran, was sie studiert, was sie gelesen hat, an die Verheißungen Gottes, an Lieder. Und sie ermutigte dadurch andere, viele Mitgefangene dort in diesem Gefängnis. Ich hatte selber mal die Möglichkeit, dort hinein zu gehen. Heute ist natürlich sauber, wenn man da reingeht, aber wenn man sich das vorstellt, 38 Jahre darin gefangen zu sein, als gerade jung vermählte Frau, da sieht man, wie machtvoll Gebet ist. Und wie Gebet in Verbindung dessen, dass man das Wort Gottes tief im Herzen drin hat, gelernt hat, wie das einen erhalten kann, selbst in solchen Extremsituationen. Und wir kommen in Extremsituationen in diesen letzten Tagen. Es gibt noch vieles mehr, was man über das Gebet alleine sagen könnte. Aber lass mich noch mal daran erinnern, auch an das kostbare Geschenk, was Gott uns geschenkt hat, bezüglich der Familienandacht. Gerade wir als Männer sind da aufgerufen, dafür Sorge zu tragen. Dass wir unsere Frauen, Kinder, dass wir sie beisammen rufen und dass wir Gott gemeinsam auch anbeten. Eine ganz wichtige Zeit, die wir haben sollten. Denn die Frage auch hier wieder, haben wir alles getan, um zu stehen? Haben wir alles unternommen, um jetzt in diesen letzten Tagen standhaft zu bleiben? Schauen wir uns noch einen letzten Bereich an für heute. Der Körper ist ein äußerst wichtiges Medium, durch das sich der Geist und die Seele zur Charakterbildung entwickeln. Die Leidenschaften sollen durch den Willen kontrolliert werden, der seinerseits unter der Kontrolle Gottes stehen soll. Die königliche Macht der Vernunft, die durch die göttliche Gnade geheiligt ist, soll im Leben herrschen. Intellektuelle Kraft, körperliche Ausdauer und die Länge des Lebens hängen von unabänderlichen Gesetzen ab. Die Bibel sagt uns in 1. Korinther Kapitel 6 Vers 19 und 20 dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, dass wir teuer erkauft worden sind durch das Blut Jesu Christi, dass wir mit diesem Tempel ordentlich umgehen sollten. Was wir da reintun, was wir uns anschauen, dass wir geistig, geistlich und körperlich was alles miteinander zusammenhängt, dass wir damit achtsam umgehen sollten. Und daher muss ich euch ehrlich sagen, Gesundheit ist ein Thema, was ganz wichtig ist, auch in diesen letzten Tagen. Wir sollten dafür sorgen, dass wir beständig messerscharf sind, dass wir Gott alle Möglichkeiten schenken durch einen gesunden Lebensstil, dass der Heilige Geist in uns das formen kann, was er beabsichtigt, nämlich unsere Heiligkeit. Und daher muss ich ehrlich sagen, es wundert mich, dass gerade je mehr wir jetzt zum Ende kommen, dass selbst unter Christen immer mehr die Meinung herrscht, dass es okay sei, Alkohol zu trinken, solange es in Maßen ist. Aber was bedeutet denn in Maßen, was definiert denn die Bibel als Mäßigkeit? Ist ja eine Frucht des Geistes in Galater Kapitel 5. Mäßigkeit biblisch bedeutet nicht in den schlechten Dingen oder in allem mäßig zu sein, sondern in den guten Dingen mäßig zu sein und das Schlechte komplett weg zu lassen. Werdet wach zur Gerechtigkeit und sündigt nicht, sagt die Bibel. In Epheser Kapitel 5 Vers 18 heißt es, dass wir uns mit dem Heiligen Geist füllen sollen, nicht mit Wein. Und Sprüche 20 Vers 1 sagt uns, dass Wein Spötter macht. Wir sollten nichts damit zu tun haben, auch nicht in kleinen Mengen. Die Bibel ist ganz klar in diesem Punkt und wir brauchen alle Verstandeskraft jetzt in diesen umzustehen. Wie kann ich eine Beziehung mit Gott führen? Wie kann ich die Bibel lesen? Selbst unter kleinen Einflüssen von Alkohol? Bereits das hat Einfluss hier oben auf meinen Frontallappen, wo der Heilige Geist mit mir sprechen möchte. Deshalb glaube ich, dass es ein sehr falsches Verständnis ist, zu meinen, dass es in Ordnung wäre. Was ist denn, wenn ich meine, an einem Abend, dass es und wie ist das mit der Sünde? Ist es nicht bei der Sünde so, dass es immer so funktioniert, dass man dann geneigt ist, mehr zu nehmen und mehr zu tun und mehr in diese Richtung zu gehen und nehme jetzt einen zweiten Schluck und dritten Schluck? Auf einmal merke ich nicht mehr, dass ich mich unter Kontrolle kriege und trinke mehr. Und was passiert dann, wenn ich zu irgendeiner Tat greife, etwas tue, was vielleicht auch dich persönlich verletzen würde. Könnte ich einfach sagen, ja, hab versucht mäßig zu sein, hat da nicht funktioniert. Es ist ein Grund, warum Gott uns klar sagt, dass wir abstain, ja, heißt es dort in Sprüche 20 Vers 1, bleib davon fern von diesen Dingen. Wir können uns nicht mit dem Heiligen Geist füllen, wenn wir uns mit Alkohol füllen, selbst wenn es in kleinen Mengen ist. Der Heilige Geist kann das nicht unterstützen. Aber es ist nicht nur Alkohol, was uns davon abhält. Es ist ein offensichtliches Beispiel, aber ich wollte es nochmal erwähnen, eigentlich unnötig zu erwähnen, aber weil immer wieder ich sehe, dass das selbst unter Christen ein Thema ist, wo sie sagen, es ist okay, mäßig Alkohol zu trinken. Ich sah vor einiger Zeit ein Video von diesem bekannten YouTuber, kommt mir jetzt gerade nicht zum Gedächtnis, ist aber auch okay, will ihn nicht bloß stellen, nur der Punkt ist, dass er auch sagte, dass es okay ist, eine gewisse Menge Alkohol zu trinken. Er war dort in einem Gespräch mit einer jungen Frau, hat sie versucht zu evangelisieren und dann hat diese junge Frau gesagt, ja, aber wenn ich mich für Gott entscheide, darf ich kein Alkohol mehr trinken und er sagt zu ja, also so ist das nicht, natürlich, solange du nicht über die Stränge schlägst, aber wer verspricht dir denn, dass du eben nicht über die Stränge dann schlägst und was viel Schlimmeres noch tust. Kannst du mir das versprechen, wenn ich anfange, ein bisschen was nur zu trinken? Das sind eigentlich sehr offensichtliche Dinge, aber es sind viele weitere Dinge, die uns dahingehend beeinflussen können, wo wir verstehen sollten, dass Gesundheit eine ganz wichtige Rolle spielt, wie wir körperlich, geistig und geistlich eben, wo das alles miteinander zusammenhängt, wie ich die Bibel aufnehme, wie ich Zeit mit Gott verbringen kann, wie ich Dinge besser verstehe und eben nicht getäuscht werde. Und übrigens, die Bibel sagt uns auch im sechsten Gebot, dass wir nicht töten sollten. Und durch diese Dinge, egal, es muss nicht nur Alkohol sein, aber wir töten uns langsam dadurch. Und dieses Leben, dieser Tempel wurde ja teuer von Jesus Christus erkauft, dann sollten wir nicht missbrauchen, auf keine, mit keiner, was weiß ich, schlechten Essgewohnheit, Schlafgewohnheit. Wir sollten regelmäßig sein, auch im Arbeiten Regelmäßigkeiten haben, im Schlaf, alle diese Dinge, dass wir nicht schlafend in der Gemeinde sitzen oder während der Andachtszeit, wie wir eben schon darüber gesprochen haben, sondern dass wir voll da sind, dass der Heilige Geist durch Mäßigkeit und Regelmäßigkeit in unserem Leben wirklich gut wirken kann. Die Frage ist wieder bei mir, ob ich diesem Ganzen Raum gebe. Die Entscheidung liegt da bei und lasst mich hier mit euch ein Zitat teilen, was vielleicht, wenn man über Gesundheit spricht, nicht erstmal so offensichtlich ist, aber ich hoffe, dass wir dennoch sehen, was Gott uns hier eigentlich schenken möchte. Viele bekennende Christen kommen in Schwärmen, wenn sie das Gemälde eines Sonnenuntergangs betrachten. Sie huldigen den Talent des Künstlers, aber wenn sie einen echten Sonnenuntergang sehen könnten, wie es an jedem Woher hat der Maler sein Motiv? Aus der Natur. Der große Meisterkünstler hat auf die ständig wechselnde und wandernde Leinwand des Himmels die Herrlichkeit der untergehenden Sonne gemalt. Er hat das Firmament mit Gold, Silbern, Purpurrot getönt und vergoldet, als werden die Portale des höchsten Himmels aufgeschwungen, damit wir auf seine Strahlen blicken und uns etwas von der Herrlichkeit im Inneren vorstellen können. Was hat das mit Gesundheit zu tun? Wisst ihr, in der Stadt zu leben, war niemals Gottes Wille. Und in der Stadt, wo alles fast nur künstlich ist, ist es schwierig, eine solche Erfahrung mit Gott zu machen. Gott wirklich wahrzunehmen in der Natur. Die Frage ist, nehmen wir dieses Angebot an? Gott hat nicht ohne Grund den Menschen in einen Garten gesetzt, weil im Garten können wir all die Prinzipien wie wir es oft in meiner Gemeinde sagen, die New Start Prinzipien, die acht Prinzipien über Gesundheit, die man auch im Schöpfungsbericht findet, über frische Luft, Wasser, über Mäßigkeit, über Gottvertrauen, was das Wichtigste ist, das Essen, die Nahrung, die wir zu uns nehmen, Sonnenschein und all diese Punkte, die wir dort auch finden, die Wind im Garten, sobald ich rausgehe, in die Natur und speziell auch im Garten arbeite, sind diese Sachen vorhanden und das sind Dinge, die mir dabei helfen, ganz praktisch in meiner Beziehung zu Gott. Nun, meine Lieben, wollen wir Gott da nicht treffen, da eine Entscheidung treffen, so wie Gott den Menschen auch zuallererst im Garten getroffen hat? Dieses Zitat, diese Verheißung hier ist eine wunderbare Verheißung und ich möchte die gern für mich persönlich in Anspruch nehmen. Denn die Frage, haben wir alles getan, um zu stehen? Haben wir alles eingesetzt, um zu stehen in diesen letzten Tagen? Lass uns noch mal zurückgehen zu diesem Vers in Epheser, Kapitel 6. Das war Vers 13 gewesen. Ich möchte jetzt mit euch kurz die folgenden Verse lesen über die Waffenrüstung Gottes. Und wir werden nicht in jedes Detail hineingehen. Aber es ist interessant, dass alle die Elemente, die in der Waffenrüstung Gottes genannt werden, wir können sie alle auf Jesus Christus beziehen. Schaut mal, ab Vers 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit. Wer ist Wahrheit? Und was ist Wahrheit? Jesus Christus ist natürlich Wahrheit. Johannes 14 Vers 6. Auch Gottes Gebot ist Wahrheit. Psalm 119. Und dann heißt es, und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Nun, was ist dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit? Jesaja 61 Vers 10. Es ist Jesus Christus, sein Kleid der Gerechtigkeit. Es ist seine Gerechtigkeit, mit der wir gekleidet sein sollten. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Wer ist unser Frieden? Epheser Kapitel 2. Ich glaube, es ist Vers 14, dass Jesus Christus unser Frieden ist. Vor allem aber, er greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Den Schild des Glaubens. Welchen Glauben sollten wir haben? Offenbarung Kapitel 14, Vers 12 oder Gelater 2, Vers 20 den Glauben Jesu Christi. Den Glauben beständig zu überwinden. Den Glauben an Gottes Verheißungen gefüllt mit Wort des Gott, mit Gottes Wort. Vers 17 Und nimmt auch den Helm des Heils. Wer ist unser Heil? Jesus Christus. Er ist unsere Erlösung. So viele Texte sagen Apostelgeschichte 16 Vers 31 Er ist unser Heil und das Schwert des Geistes welches das Wort Gottes ist. Natürlich Jesus Christus Johannes Kapitel 1 Vers 1 Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort ist Gott es ist Jesus Christus. Jedes dieser Dinge was wir hier gerade lesen können wir auf Jesus Christus anwenden. Was uns zeigt dass Jesus uns in diesem Kampf in dieser Auseinandersetzung er möchte uns alles sein für uns sei es der Helm sei es die Stiefel sei es der Gürtel den wir umbinden sollten alles möchte er für uns sein jeden Tag an einem Tag der Woche möchte er uns sogar noch mehr segnen am siebenten Tag am Samstag wo ganz besonders Verheißung uns versprochen ist denn abschließend wenn wir das jetzt alles zusammenfassen diese Gedanken lasst uns noch mal daran erinnert sein was uns gesagt wurde wenn wir Gott so kennen wie es unser Vorrecht ist ihn zu kennen wird unser Leben ein Leben des ständigen Gehorsams sein durch die Wertschätzung des Charakters Christi durch die Gemeinschaft mit Gott wird uns die Sünde verhasst werden ist es schwierig Gott zu lieben ist es schwierig Zeit mit Gott zu verbringen ja wir haben gehört und gesehen der Teufel hat alle möglichen Mittel und versucht uns abzulenken manchmal ist es einfach nur ein Piepen auf dem Handy aber ist es schwierig Gott zu lieben ist es schwierig Gott gehorsam zu sein sagt 1. Johannes 5 Vers 3 nicht dass es sehr einfach ist Gottes Gebote zu halten unsere Erfahrung macht uns was anderes sagen aber nochmals let God be true and every man a liar lasst Gott wahrhaftig sein und jeden Menschen ein Lügner sein Wort steht wir dürfen uns damit füllen ich glaube nicht dass es schwierig ist Zeit mit Gott zu verbringen es ist nur dann und wird immer dann schwierig wenn wir uns ablenken lassen und nicht fokussiert sind und Aufmerksamkeit ist der Schlüssel haben wir gehört auf das was Gott mir jetzt sagen möchte denn wenn ich das tue mit Zeit mit Gott verbringe und Leben echtes ewiges Leben empfange dann sehe ich immer mehr den wunderbaren Charakter Christi wie er wirklich ist was er wirklich für einen Plan für mich hat dass jeder Vers dort in der Bibel ein persönlicher Brief an mich ist und wenn das so ist wenn es nicht schwierig ist Gott zu lieben und schwierig ist Zeit mit ihm zu verbringen dann meine lieben sollte es auch nicht schwierig sein Sünde aus dem Leben zu verbannen die Frage ist aber und bleibt haben wir alles getan um zu stehen tun wir alles um zu stehen nehmen wir alles in Anspruch alle Gaben Geschenke die Gott uns gegeben hat um um stehen zu bleiben in diesen letzten Tagen vollkommen allein sich auf ihn wirklich zu verlassen und Jesus ist diesen Weg für uns als vollkommene Ermutigung vorangegangen Er hat Er hat uns nicht nur in dem Sinne erlöst sondern er hat uns auch praktisch durch sein Leben gezeigt wie das eben möglich ist wir haben einiges dazu gehört aber ich möchte noch einen Vers aus dem Hebräerbrief vielleicht dazu lesen Hebräer Kapitel 5 und dort Abvers 7 Hebräer Kapitel 5 und dort Abvers 7 dieser Jesus Christus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottes Furcht willen Jesus kannte Gott und obwohl er Sohn war hat er doch an dem was erlitt den Gehorsam gelernt hat eine experimentelle Erkenntnis Gottes und jeder Gehorsam kam aus Herzen und nachdem er zur Vollendung gelangt ist ist er allen die ihm Gehorschen der Urheber ewigen Heils geworden Jesus Christus ist diesen Weg vorangegangen damit wir Epheser 5 Vers 1 jetzt als Nachfolger berufen werden können warum weil er heilig ist darum können auch wir heilig sein und lieben Geschwister ich hoffe dass wir ermutigt sind dass wir durch Gottes Wort ermutigt wurden sind zu wissen dass Jesus Christus den Weg bereitet hat dass jeder Vers in der Bibel eine persönliche Nachricht an jeden Einzelnen von uns ist dass er sich sehend danach Zeit mit ihm zu verbringen im Gebet weil Gebet wie wir gesehen haben mächtig ist und da kommen Zeiten meine Lieben die werden tough der ein oder andere von uns mag jetzt in einer toughen Situation sein persönliche Umstände aber wir werden alle auf die eine oder andere Art und Weise werden wir eine Zeit erleben die wird sehr herausfordernd sein und es braucht uns keine Angst zu machen aber wir sollten bewusst in der Beziehung mit Gott all die Gaben in Anspruch nehmen die Gott uns gegeben hat denn sein Charakter ist so wunderbar und so einzigartig dass wenn wir ihm den Raum die Zeit geben ihn da jeden Tag besser kennenzulernen mein Lieben wie können wir da noch auf Abwege gehen denn wir wollen dann gerne seinen Willen tun deshalb lass uns ermutigt sein und lass uns ehrlich die Frage stellen haben wir alles getan tun wir alles um hier und heute und auch in der Endzeit zu bestehen und kennen wir Gott wie es unser Privileg ist ihn zu kennen ich weiß von Gottes Wort dass sein Wort nicht leer zurück kommt das hat er versprochen in Jesaja und ich weiß dass der Heilige Geist auch zu dir gesprochen hat und wenn du weißt in deinem Leben dass da jetzt irgendwas ist von dem was du heute gehört hast wo der Heilige Geist dich an einem speziellen Punkt angesprochen hat da möchte ich dich jetzt einladen die Zeit mit mir jetzt im Gebet zu nehmen und mit mir gemeinsam zu beten aber dass du auch für dich persönlich betest heißt speziell auch über diesen Punkt wo der Heilige Geist hier gezeigt hat hier ist ein Bereich da kannst du mehr rausholen um festzustehen in diesen letzten Tagen und mich zu kennen wie es das Privileg für dich persönlich ist mich zu kennen lasst uns beten unser Vater im Himmel wir möchten dir danken für dieses Studium deines Wortes und danke dass dein Wort mächtig und kraftvoll ist und dass du auch zu uns gesprochen hast heute und ich möchte dich bitten dass du uns hilfst dass wir Entscheidungen treffen dass wir das beste aus unserer Zeit machen die wir jeden Tag geschenkt bekommen am Morgen bereits im persönlichen Gespräch mit dir und in der Zeit der Andacht in deinem Wort aber auch dann durch den Tag hindurch dass wir in Verbindung mit dir bleiben und ich bitte dich Herr Jesus helfe uns dass wir die Entscheidung auf die richtige Seite setzen und dass wir zu dieser experimentellen Erkenntnis über dich kommen und vertiefen und dass wir darin wachsen möchte dafür danken im Namen Jesu Amen und ich möchte euch danken dass ihr mit dabei wart und dass wir gemeinsam Gottes Wort studieren und hören konntet ich wünsche euch von ganzem Herzen gottesrechtlichen Segen und bis zum nächsten Mal Maranatha